Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Mittwoch und Donnerstag dürfen die ereignisreichsten Tage der Woche sein. Die FED gibt am heutigen Abend den Zinsentscheid bekannt und Schwergewichte aus dem Tech-Sektor werden dann heute und morgen nach Börsenschluss ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Schauen wir mal auf die Charts, den Risiko und Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir fangen mit einem Indexvergleich an, der Dow Jones in Gelb outperformt seit der Erholung, die Anfang Oktober eingeleitet wurde. Der S&P 500 in schwarz-weiß hinkt hinterher, entwickelt sich aber immer noch deutlich besser als der Nasdaq, den wir hier in blau sehen. Tech-Aktien reagieren am stärksten auf geldpolitische Veränderungen und natürlich auch die Quartalszahlen von großen Firmen aus dem Tech-Sektor. Der Zinsentscheid wird heute Abend um 20 Uhr bekannt gegeben. Jay Powell wird dann 30 Minuten später eine Pressekonferenz abhalten, während Meta-Plattforms nach Börsenschluss die Finanzergebnisse veröffentlicht wird für das vierte Quartal 2022. Die Zahlen von Alphabet, Amazon und Apple gibt es dann morgen ebenfalls nach der US-Sitzung. Und schauen wir uns die drei Indizes nochmal etwas genauer an. Im Wochenchart, wir haben einen Aufwärtstrend beim Dow Jones und deswegen sind weitere Anstiege in Richtung Rekordhoch zu erwarten, während wir beim S&P 500 nach wie vor einen Abwärtstrend haben und der Index sich dem 78,6% Retracement angenähert hat. Beim Nasdaq 100 ist ebenfalls ein intakter Abwärtstrend gegeben und hier hat der Tech-Index gerade mal das 50% Retracement der vorigen Abwärtsbewegung erreicht. Hier gibt es also am meisten aufzuholen und entscheidend wäre also ein Bruch über das Augusthoch. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Ich wünsche allen viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.